moin moin und hallo und herzlich willkommen zu dead by daylight ja wir spielen jetzt mal mit den neuen keller wieder weiß nicht ob ich schon mal in der aufnahme damit gemacht habe 55 sbs 54 sbs der sagt sogar wie viele frames ich bekomme es ist okay ich habe ein neues aufnahmegerät und damit will ich die bestmögliche qualität sichern und damit einfach um die videos besser zu machen und er hat mir gerade angezeigt was für frames er gerade bekommt über mittel bekommt und das ist was neues wo man sich gewöhnen muss aber ich denke mal ob er nun 50 frames nimmt oder ich in dem falle nur mit 30 aufnehmen kann ist schon unterschied weil so zwei dritte mehr hat schon was und das spiel arbeitet hier noch nicht mit 60 frames errechnen als keller so gehe ich mal hier von 40 bis 50 aus aber dann kann ich wenigstens die bestmögliche qualität hier haben und es geht los mit unserem neuen freund bis zum nächsten mal Ist okay. Er hat sich dumm angestellt. Er hat sich wieder dumm angestellt. Oh, ganz knapp. Da wusste er nicht mehr, wo ich bin. Oh, sehr schön. Gut, wir haben alle blockiert. Kein Generator, der hier aktiv ist. Wo sind die denn? So. Ah, hier. Ja. Ist okay. Ah, das ist mein Devourer-Hallbrick. Wo löst du lang, ha? Okay. Wissen wir uns? Gut. Gut. Und die nächste Hohen ist weg. Ah, verdammt. Ja, ich muss noch ein bisschen üben, mich besser zu verstecken. Ah, komm. Okay. 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 Was? Ah, dead art. Okay, haben wir das. Das ist kaputt. Hat sie versaut. Ist jemand dran? Ja. Gut, die wollen ja irgendwann ja erst die Bärne haben, ne? Dann laufen wir die hinterher. Balanced Landing? Kein Balanced Landing. Tja, hast du nicht hingeguckt. Au. Nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst. Na. Die Mech haben wir kurz vor... Ähm, Exposed. Also die können wir sehr schnell one-hitten. Den anderen hätte ich gerne noch in der gleichen Situation. Du darfst ruhig machen dir vor die Augen, ne? Okay. Okay. Ah, scheiße. Ich glaube, die geht durch die Tür. Äh, durch das Fenster. Ah! 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 Haben wir das schon mal? Gucken wir uns mal ganz kurz um. Ah! 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 Er läuft zu ihr. Dich hatte ich noch nicht am Haken, oder? Das erscheint auch nicht hinter dich gerückt. Ah, Dich habe ich überhaupt nicht gesehen, abzuerst. Ah, knapp. Jetzt machst du nochmal dasselbe, nur nach rechts. Sie ist am besten. Sie muss sich tot haben. Sehr schön. Oh Gott, dass sie sich ein bisschen zu weit nach rechts bewegt hat, so dass sie wieder fischen kann. Oh, ganz knapp. Schade, ich habe mich etwas verschätzt, so einen Millimeter. So, damit haben wir den ersten Toten. Das ist doch gut. Personne hier. Generator. Palette. Ah, verdammt. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Die haben ja jetzt so ein bisschen das Gesichtetwerden verändert. Haben es ein bisschen leichter gemacht. Was ich ein bisschen unsinnig finde, aber okay. Müssen die Leute selbst... Ich fand das davor schon nicht relativ... Also ich fand es davor schon nicht allzu schwer, ihn zu entdecken. Was wir jetzt nochmal vereinfacht haben, ist... Das ist ein Slowboot. Das... Konnte nichts für dich werden. Wenn du so seitlich da ans Fenster rankommst, springst du viel zu langsam durch. Ja, er sieht mich am Haken. Alsofs Ich habe mich am 속en. Ja, ich habe keinen Fall mit 및 kilometerisch geöffnet. Ich sage mal informatender, ist es wirklich schwierig. Natürlich, ich habe wirklich zu Hause, um mich zu verme110ern. Ok, es ist links lang, da lang, da lang. Ok, sie guckt sehr viel hinter sich, also sie ist nicht schlecht. Verarscht. Mindgame. So wie sie mir am besten gefällt. So, da können wir auch gleichzeitig mal die Augen aufhalten nach der Luke. Oh, ist die Luke. Oh, den erwische ich. Die beiden Ausgänge sind eher rechts. Na. Hopp. Man macht die Tür auf. Hat sie noch gehört. Zack. Die Luke hätte ich jetzt hier vermutet, hm? Mal. 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 Wo ist die Luke? Er hat gewusst, wo die ist. So, eine Schweinerei. Ich finde den neuen Killer cool. Aber es ist jetzt schwierig. Also für mich ist es schwierig, mich gerade erstmal daran zu gewöhnen, dass er da doch etwas leichter zu entdecken ist. Ja. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut da rein, Leute. Tschö. Bitte. Tschö. 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 Tschö.